Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur asymmetrischen Kryptografie. Heute können wir endlich mit dem Diffie-Helman-Key-Exchange oder Schlüsselaustausch anfangen. Und ja, wie gesagt, brauchen wir dafür diese Sachen, die wir letztes Mal gemacht haben mit dem ganzen Mathe-Zeugs, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber es ist nicht ganz so trocken, wie ihr denkt, es ist nämlich eigentlich ziemlich nass. Okay, was wir hier haben ist folgendes, wir haben Alice und Bob. Die haben sich noch nie gesehen und die können jetzt zum Beispiel einfach durch den Raum durchrufen, Hey du, zahl das und das und Bob ruft dann zurück, zahl hier. Und danach haben sie einen Schlüssel, einen Geheimschlüssel, den niemand sonst hat. Denn wir können nicht so gut Kopfrechnen, unsere Rechner können eben diese eine Rechenaufgabe, die werde ich euch noch genauer zeigen, können sie auch nicht. Ja und was wir jetzt deswegen machen ist folgendes, wir brauchen hier allerdings sehr sehr viel von diesem Zeug, von dem Mathe-Zeug, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und zwar generiert sich Alice einfach eine zyklische Gruppe G. Das muss nicht unbedingt jetzt zq sein, sondern es kann auch einfach eine Untergruppe von zq sein. Manchmal sind die ein bisschen doof. Und die behält sie. Diese Gruppe hat die Ordnung q, wie wir sie das letzte Mal auch genannt haben. Und einen Generator kriegt sie auch, der ist ja nicht so schwer zu finden, das ist ein g. Okay, so und was sie jetzt macht ist, sie zieht sich ein x, perfekt zufällig, das ist ganz wichtig, aus der Gruppe zq. Achtung, nicht aus der Gruppe G, sondern aus der Gruppe zq. So, und dann macht sie folgendes, sie schickt an Bob ein paar Informationen. Bob bekommt jetzt nämlich erstmal g hoch x, oben bitte, hoch x, also nicht irgendwie x, x ist geheim, aber g hoch x schickt sie ihm. Dann schickt sie ihm noch g, also groß g, die Gruppe g, den Generator und die Ordnung. Also im Prinzip alles, was sie hier generiert hat, aber dieses x schickt sie ihm nur verkleidet als g hoch x. So, Bob macht jetzt folgendes. Bob gibt ihr auch was zurück, aber berechnet sich davor logischerweise noch ein bisschen was. Und zwar sagt er hier, okay, du, ich ziehe mir auch ein y und zwar aus derselben Gruppe wie du auch, aus zq. So, und dann schickt er Alice auch was zurück, nämlich, er schickt ihr im Prinzip genau dasselbe Element zurück, nur seine Version davon. Er schickt g hoch y an Alice. Und jetzt können die beiden Mathe machen und niemand sonst kennt den Schlüssel. Und zwar kann jetzt Alice einfach hier folgendes machen, die sagt nämlich, okay, ich habe g hoch y von Bob bekommen, g hoch y und ich mache jetzt folgendes damit. Ich potenziere das Ganze nochmal, upsala, nein, nein, jetzt. Okay, die hat ja dieses x hier, das ist ja bei ihr, das kann sie ja benutzen, aber sonst kann es niemand benutzen. Deswegen bekommt sich hier dieses g hoch y hoch x ausgerechnet. Das funktioniert ganz toll. So, Bob auf der anderen Seite macht folgendes. Der berechnet sich, ich gehe jetzt gerade mal hier rüber. Ach, wisst ihr was? Ich mache das wieder weg. Und fange eine neue Textbox an. Okay, Bob hat von Alice g hoch x bekommen, kennt also x selber nicht, aber er kennt ja y. Und was der jetzt macht, ist, der rechnet sich einfach aus, g hoch x hat er bekommen. Und jetzt rechnet sich g hoch x hoch y aus. So, und jetzt können wir ein bisschen Mathe machen und rechnen uns auch mal aus, was passiert, wenn die beide das nämlich benutzen. Denn das hier, was wir hier drüben haben, ist ja dasselbe wie g, ups, brauchen wir unten, gleich g hoch y mal x. Also alles jetzt oben in diesem, in der Potenz drin. Das dürfen wir machen, das ist eins der Rechengesetze, hoffentlich erinnert ihr euch dran, das brauchen wir nämlich leider. Also g hoch y hoch x ist dasselbe wie g hoch y mal x. Ihr könnt es auch gerne mal selber an einfachen Beispielen durchrechnen, das hilft manchmal. Und was jetzt dabei rauskommt, ist natürlich auch g hoch x mal y. Die beiden dürfen wir ja vertauschen. Wir wissen ja, x mal y ist dasselbe wie y mal x. Das kennen wir ja alle relativ früh schon. So, und jetzt haben wir hier g hoch x mal y. Ja, aber g hoch x mal y ist genau das, was sich Bob berechnet hat. Ups, und das ist genau der Trick dabei. Die haben jetzt nämlich beide denselben Schlüssel. Das hier ist derselbe Schlüssel. Und die können jetzt ganz normal mit diesem Schlüssel irgendwelche Sachen verschlüsseln. Ja, und so funktioniert der Diffie-Helman-Schlüsselaustausch. Das Ganze bringt natürlich noch kein Protokoll. Aber wir sind sehr, sehr weit gekommen und können jetzt sozusagen, ohne unser Gegenüber jemals gesehen zu haben, für ihn bzw. mit ihm verschlüsseln. Ja, wie gesagt, wir haben hier eigentlich ein anderes Konzept. Wir haben ein Public-Key-Secret-Key-Konzept. Das Ganze beruht hier drauf. Und ich werde euch im nächsten Video wahrscheinlich dann diese Annahme, die sogenannte Decisional Diffie-Helman-Annahme vorstellen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.